Da bleibt auch da. Und? Ich muss was eh nicht einmal haben. Ich denke, das ist aufstehlich. Was ist das aufstehlich? Ja. Verkaufs? Ja. Ach, das ist ja ein Chaos. Was habt ihr euch mit eurem Handys gemacht? Habt ihr die neue Karte? Ja, ich kann nicht mehr Udo riefen. Ach, ich bin sorry. Der Udo ist nicht gut. Oh, der Udo. Oh, der Udo. Das geht ja. Der Staupen, oder? Der Staupen, oder? Der Staupen, oder? Der ist gut. Der Staupen, oder? Der Staupen, oder? Der Staupen, oder? Nein. Das wir so machen. Ha? Vielen Dank.